Ja, wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dima Animations. Spaß! Hallo und guten Tag! Vorab, bevor das Video losgeht, möchte ich noch ein paar kleine Infos anbringen. Der erste ist, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben jetzt die 50 Abos geknackt. Das finde ich, ist so ein kleiner Meilenstein erreicht. Das war jetzt nicht so riesig, aber ist, denke ich, mal erwähnenswert. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit gar keine Speedmodellings hochgeladen habe, da die ja bei euch sehr gut angekommen sind. Hätte ich jetzt die Idee, dass wir so eine kleine Serie draus machen, dass ich vielleicht, ich kann es nicht genau sagen, wie oft, aber auf ca. einmal im Monat oder so ein Speedmodelling hochlade, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und da könnt ihr dann mal in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes modellieren soll. Irgendein Gegenstand oder irgendwas aus einem Spiel, aber jetzt nichts zu kompliziertes, sondern, ja, etwas, also relativ Simpleses. Also, das soll natürlich auch eine Herausforderung sein, aber auch nicht zu kompliziert. Ähm, Intros und so weiter werden natürlich weiterhin kommen. Ähm, ich habe jetzt auch einige Aufträge noch abzuarbeiten. Und, äh, wie gesagt, da, also bei den Intros sage ich auch immer dazu, dass ihr bitte ein bisschen Geduld haben müsst, weil ich nicht immer so viel Zeit habe. Und, ähm, da müsst ihr auch ein bisschen Verständnis haben. Denn ich mache die Intros für euch ja kostenlos und freiwillig. Also, dass ihr da Verständnis habt und, ja, das waren jetzt die Infos. Ein bisschen gelabert, dies, das, einander, das. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Speedmodelling. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.